Hi Leute, ich bin Janis, 20 Jahre alt, habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und möchte jetzt ein Jahr lang Work'n'Travel in Australien machen und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem ersten Video. Bis zum nächsten Mal. So Leute, nach einem knapp 13 ständigen turbulenten Flug bin ich in Singapore angekommen und als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, ich dachte, ich laufe gegen die Wand, denn es war so warm, es war so schwül, dabei haben wir 7 Uhr morgens Ortzeit gehabt oder haben sie eigentlich immer noch und es ist so warm, deswegen sind sie auf dem T-Shirt hier. Und, ich muss aber gleichzeitig dazu sagen, ich habe mich in den Flughafen sofort verliebt, denn, guckt euch den einfach mal an. Ich sitze in der Golden Lounge und es ist wirklich eine Golden Lounge und wir sind überall, aber nicht nur hier, sondern wirklich überall auf dem Flughafen, der Teppich verliebt. Also, ich muss echt aufpassen, dass du kein Kaugummi rein spuckst. Und es gibt auch coole Fische hier. Jetzt gebe ich die mal kurz. Und wenn ich das so sehe, das Wasser, habe ich richtig Durst, weil es einfach so warm ist. Boah, ich kenne das gar nicht. Also dieser Butterfly Garner ist echt wunderschön. Das ist zwar sehr, sehr klein, aber richtig schön. Schmetterlinge gibt es, Kanarienvögel. Also wirklich, wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Richtig geil. Ich bin überwältigt von diesen Typenkaufen. Was sie alles haben, kenne ich gar nicht. So, ich bin in Perth angekommen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Hostel. Jetzt sind es ungefähr noch, ich würde sagen, einen halben Kilometer oder so, die ich jetzt hinlaufen muss. Und ich bin richtig, richtig durch. Denn ich war ca. 30 Stunden unterwegs. Ich bin am Freitag um 4 Uhr morgens, deutsche Uhrzeit, losgefahren. Und jetzt haben wir Samstag, 10 Uhr 30, deutsche Zeit natürlich. Und jetzt checke ich gleich ein und dann mache ich aber trotzdem noch irgendwie gleich so eine Rundtour oder so. Also ich schaue mir noch mal ein bisschen hier die Gegend an. So, das ist gerade so richtig, richtig schön. Es ist überall Palm. Die Sonne geht unter. Ich bin am Meer. Und das ist eine angenehme Temperatur. Zum leichten Wind, der wahrscheinlich so gehört, ist das echt, echt schön. Also wirklich sehr, sehr traumhaft. Ich bin schmachlos. Echt geil. Diese Sonne ist so traumhaft hier. Das ist geil. Geil, 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 geil. Dein Unschub Conf simplementeiro with Friere Godfrey. Also schön das ist geil. Da oben. Da oben. Bis zum nächsten Mal.